hallo mein lieben youtuber willkommen auf meinem kanal peter rockabilly 1950 so kurzes update hier ist mein anhänger und von 25 euro ist er sogar noch runter gegangen auf 10 euro und alle beiden felgen haben einen höhlenschlag gehabt und eine richtig starke acht und da kam eine schöne geschichte zu der anderen schönen geschichte daran wollte er nicht mehr 25 euro haben sogar 25 euro haben sondern sogar nur noch zehn euro und für kaputte felgen mit einem höhlenschlag dafür bezahle ich kein geld und meine felgen hier bei meinen anhängern die tun es ja auch noch und somit fahre ich die felgen jetzt erstmal weiter ja wir haben richtig starken wind draußen aber wenigstens trocken naja jetzt war ich gerade noch mal kurz den alten herrn besuchen hier wo ich die musikruhe abgeholt habe und habe ihnen noch mal ein video gezeigt dass ich die repariert habe und dass sie wieder funktioniert hat er sich gefreut dann dachte ich mir noch hier gehst du mal zu nachbarn die hatte ja noch so 50er jahre gardien zum zuschneiden aber leider gottes hat das auch nicht funktioniert weil die sind auch mittlerweile verkauft und somit fahren wir wieder 30 kilometer leer nach hause und haben auch kein geld ausgegeben ist aber nicht schlimm ist alles gut 3 euro spritkosten naja also seid gespannt auf weitere neue videos und ich habe ja schon einiges in meinem kanal vorweg angekündigt und das können wir ja dann als nächstes noch machen aber sollte einer von euch felgen haben so 20 zoll für so einen simson anhänger die können von mir aus rostig sein aber halt ohne ohne acht ohne höhlenschlag kann ich mir die wieder schön machen und dann hier verbauen in dem sinne schönen sonntag euer peter rocke will ich fahre jetzt bei dem scheiß wetter nach hause und werde dann gleich noch ein bisschen frieren tschüss